Willkommen zurück zu einem neuen Folgekonferenz mit Transportfever. Vor! Man muss schon mal gucken. Wir müssen jetzt das Gleise weiterziehen. Dafür müssen wir erst mal belegen, wie viel Bahnsteige wir überall machen. Ich muss hier noch Plastien abblühten, können wir vielleicht auch noch mit anschließen. Äh, Güterbahnhof. Flexible. Wir müssen auf Lange bleiben. Und zwar muss der Setzer aber ja, ist schnell, jetzt wird es leise, reichen das? Nummer 3, gehen zum Transportieren, das will jetzt so durchfahren. Und dann, ne das ist schon in Ordnung. So, sieht ein bisschen lustig aus. Guck mal, ist es hier unten, Scheiße. Ah, fuck. Ne, das in Suhe. Können wir mal so reinbauen. Was habe ich jetzt gemacht dazu? Genau. Wir machen, wir haben die Straße was hier neu gebaut. Was sind das hier hinten noch? Ah, ok. Dann müssen wir hier irgendwie um die Kurve gehen. Und vor allen Dingen jetzt hier erstmal noch. Ich weiß es eigentlich auch nicht. Weil ich auch wieder auf drei Gleisehle tippen würde, ist gut. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Auch hübsch. 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 Genau, jetzt machen wir. Erstmal hier. So und so durch den Bahnhof durch. Und dann geht das Gleis. Joran. Das Gleis kommen wir zurück. Das geht Joran. Das Gleis kommen wir zurück. Hier geht Joran. Schau, jetzt wird es lustig, fangen wir mit dem hier an. Jetzt wird es gleich lustig, Achtung. Boah, da habe ich ein Schlimmeres gebaut. Ich denke mal, dass das von anderen Winkeln auch funktionieren sollte. Entschuldigung, vielleicht ist die Brücke doch doof. Ach, die geht schon. Die geht schon. Wir werden das eh nochmal dorthin umbauen müssen, wenn wir das hier bestimmt anschließen. Ja, das verstehe ich euch noch nicht. Was? Super, wir werden das hier drüber. Super, wir werden das hier drüber. Geht so nett. Ich weiß aber auch nicht, warum. So schönes Stück und das hier einmal frei. So und schon könnte man eigentlich die Produktion hier anfahren, ganz einfach. Wir müssten hier noch mal wegen dem Po-Scheiß legen. Hier erstens das wieder hinsetzen können. Das sehe ich jetzt mal kein Problem hier. So und hier auf der Strecke. Das ist schnell. Jetzt hier reinsetzen. Dann brauchen wir hier noch eine weiche. Da fällt mir gerade ein. Signale müssen wir noch setzen. Aber wir können auch kurz überlegen. Passt auf. Einmal so. Und zusätzlich. So hier. Funktioniert. Dann setzen wir jetzt mal noch die Signale. Und zwar hier hin. Hier und hier. Hier und hier. Und natürlich hier. Und dann denke ich mal. Wenn unsere Produktion größer sein wird. Das wir vermuten werden. Müssten wir hier noch einen. Ausweichgleich mit hinbauen. Eigentlich können wir das komplett zweifoisch machen. Machen wir hier hinter der Kreuzung. Gehen wir weg. Gut. Vielleicht kommt auch nicht komplett zweifoisch. Die Frage ist. Können wir über die Brücke bauen nochmal. Mit einem engeren Radius. Oder ist das dann zu eng? Segen wir. Na geht. Wenn wir fangen. Dann fährt er dort wahrscheinlich definitiv langsamer. Oder? Ja. Aber das sind zwei Kameras. Ok. Ich glaube nicht, dass die uns jämmerlich zerstören werden. Oh man! Manchmal, ne? Manchmal! Du 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 Ups hier ist ja schon Ende. Ha! Wir haben uns eh inzwischen drin. Ich denk mal ich werde da mit 2 Zügen drauf fahren. Oh einmal von hier nach da bitte. Genau, perfektes Gleis ausgewählt. So, dann wollen wir die Schuhe kaufen. 320 Meter, glaube ich, ne? Elektrisch. Was kann man denn da im Angebot, was hier ordentlich Power bringt? Damit Deutschland vorne bleibt. Schenker, irgendwas muss doch ein Schenker sein hier, ne? Da, kaufen wir die. So, und Güter, wie war denn das jetzt gleich? Was will ich denn transportieren? Kühe und, ja, Dings. Getreide und, oh, ne? Vier. Getreide, haben wir irgendwas, was ich alles zusammenfassen kann? Ne, Getreide, 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 okay, vier. Schade. Das ist echt schade. Dann wollen wir den Entzug wieder aus dem hier und den hier machen. Zähne, kann das sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja. Kurz gucken, ob das von der Länge abfasst. Komm, gib Gas. Fahr mal schneller da raus. Dann habe ich das Gefühl, dass ich den Entzuger hätte länger machen können. Hä, sind die die 320? War das so? 320. Passt, okay. So, jetzt brauche ich noch den Entzug von hier, der dort vorfährt. Also, nochmal eine neue Linie zu weisen. Von hier nach da. Mitte durch. Ach ja. Jetzt wechseln wir noch hier und können wir noch ein paar Blockstrecken-Signale widersetzen. Ja. Hab ich denn hier so Dinge gemacht? Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich wollte von hier nach dort transportieren. Ist auch wieder Wurst. Ja, deswegen bist du hier, weil eigentlich... Na, ist egal. Kann man bleiben, weil Deutschland vorne bleibt. Oder was hat denn die Schengar Lokmotive? Wer hat mir auch Zugkraft, ne? Dann wird halt Schengar hier komplett übernehmen. Güter. Güter. Und wir die mal hier. 31 bis 34. 1, 2, 3 bis auf 320 Meter. Da noch 31, das geht. So, und ich denke mal, es sind zwei Züge vorne, welchen Takt? Vermutlich eigentlich noch einen dritten. Inner fährt, inner entlädt und inner lädt auf. So, gucken wir uns mal ein bisschen an. Bis die alle drei raus sind, das dauert bestimmt kurz. Bei mir wird es ja interessant, wenn der andere, der ist ja schön zurück. So, ganz schön heftig, jo. Die Wagenschlange, die hier raus geht. Die Wagenschlange, die hier raus geht. Genau, erstmal den. Immer schön abwechseln, ne? Oder die anderen kommen nie raus. Das kann ja nicht so sein. Aber das erste Zeug hat er schon gewartet, ja. So. Guck mal, das heißt, ich will direkt in die Richtung entwickelt hören. Ne, wir müssen jetzt aber erst passieren, wir müssen die Güter auch hier in der Stadt verteilen. Weil, wie bekannt ist, will ja, das soll ja in die Gebiete. Wunder ist eigentlich, dass die Stadt sich wie immer weiterentwickelt. Wechseln generell. Ah, das wollte ich nicht. Wollte das da. Ne, das wollte ich auch nicht. Wollte ich Städte. Das da wollte ich. Äh, Bevölkerung. Muss beziehen, ist eigentlich ganz oben stehen. Genau. Genau. So. Wir haben jetzt hier eine Verteilung von dem kleinen Bereich. Das heißt, nichts geht hier hin. Ich weiß auch nicht, ob ich hier Cargo ausladen kann bei irgend sowas. Medium Truck. Ist das für mich jetzt das, was ich denke, was es hier ist? Dann würde ich den, würde ich den LKW sozusagen, wo ich die ganze Stadt schicken wollen. Auch mit den Hüben lang. Einfach in zwei Richtungen verkehrend. Machen wir mal das Test. Da. Da. So. Okay, ja. Trams kaufen? Nein. Wo ist denn hier Bus? Irgendwo konnte man Busse kaufen. Hier, Straßenfahrzeuge kaufen. Meine ich natürlich. Wie da? 40 Tonner. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Noch mehr innerstädtischer Verkehr. Wird es da irgendwann mal zum Kollaps kommen auf irgendeiner Strecke? Ja. Hier ist viel los. Jetzt geht alles wieder hier durch, ne? Komm, ich würde sagen, wir verfolgen hier mal den LKW in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss. Tschüss. Tschüss.